Es gibt Superboy. Was ist das denn? Superboy scheint der Sohn von Superman zu sein. Superman ist das Monaco der Comics. Gefühlt. Das ist so hochglanz, so bunt. Also ja, lass sie das eigentlich. Ja, aber auch so arglatt. Und da ist dieser gelackte Superman mit der hübschen Frisur, der dann auch immer verliebt ist in Lois Lane. Und absurd, wenn er eine Brille trägt, erkennt ihn niemand. Superman ist halt so ein Konsens-Superheld. Den mag man halt irgendwie so, der tut halt jemandem was, aber er ist halt nicht sonderlich cool. Findest du, dass Superman ein Konsens-Superheld ist? Naja, jeder kennt ihn auf jeden Fall und mögen. Spider-Man ist der Konsens-Superheld. Jeder liebt Spider-Man. Ich mag Spider-Man auch. Ich mag aber keine Spinnen zum Beispiel. Ja, aber was hat denn Spider-Man mit der Spinnen zu tun? Ja, nur von einer mit Bixen. Das ist wirklich absurd. Ich mag Spinnen. Hast du heute gesagt, du magst Spinnen? Was? Hast du heute gesagt, du magst Spinnen? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich Spinnen mag. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich Spinnen nicht mag. Okay. Spinnen sie denn halten? Nein. Wieso? Daniel, wenn du nur noch die, wenn du die Wahl hättest, eine Spinne zu halten oder lieber ohne zwei Beinen zu leben. Boah, also das ist schwierig. Siehst du? Die Spinne, nimm ich dran. Siehst du, du magst Spinnen, also. Nimm ich die Spinne, aber du hast mich. Du hast dich. Du hast dich. Du hast dich. Untertitelung des ZDF, 2020